Hallo, ich bin Alex. Heute bin ich mal wieder unterwegs am Rhein, aber diesmal nicht alleine, wie ihr an den Helmen sehen könnt. Heute ist ausnahmsweise eine Sozia dabei, und zwar Nini. Sie sitzt bei mir hinten drauf am Peugeot Satellis. Das zeigt, dass der Roller auf jeden Fall auch geeignet ist, zu zweit weitere Strecken zurückzulegen. Aber jetzt genießen wir erstmal den Ausblick hier am Heinrich-Heinestein zum Rhein runter. Das war's. Nachdem ich ja jetzt mal eine Sozio dabei habe habe ich mir gedacht liebe Nini ich gebe dir meine Kamera und dann kannst du mich gerne einfach mal filmen wenn ich die Straßen rauf und runter fahre weil wenn ich alleine unterwegs bin ist das ja immer nicht so einfach beziehungsweise auf jeden Fall viel viel aufwendiger als wenn einfach jemand am Straßenrand steht und mich filmt und das erste mal habt ihr jetzt schon gesehen an dieser kleinen Schotterpiste wo ich nach oben gefahren bin ja 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 liebe Nini vielen Dank fürs Filmen jetzt schon mal einmal rauf gefahren einmal runter gefahren und jetzt hole ich dich natürlich sehr gerne auch wieder ab unseren Rucksack mit Brotseite wieder hinten rein in den Roller alles zusammengepackelt und zu zweit aufgestiegen und dann fahren wir wieder ein Stückchen weiter Richtung Bacharach mehr ählt das kann Untertitelung des ZDF, 2020 Kurz bevor wir dann in Bacherach angekommen sind, hat uns dann noch mal dieser schöne Ausblick hier angelacht. Wir sind stehen geblieben, haben uns auf das Bankhalter vorm gesetzt und einfach den Ausblick genossen. Wir sind dann also weitergefahren nach Bacherach runter, da geht es noch ein paar schöne Serpentinen runter bis an den Rhein und dann wieder zurück Richtung Bingen nach Lorch. Von da aus sind wir dann auf die Fähre und mit der Fähre über den Rhein wieder auf die hessische Seite rüber gefahren. Wir wollten nämlich noch weiter fahren in die Abtei St. Hildegard und das ist bei Rüdesheim am Rhein. Hier wirkte auf jeden Fall die berühmte Hildegard von Bingen und von diesem Kloster oder von dieser Abtei gibt es jetzt noch ein paar Impressionen. Wir sind dann auch noch in die Kirche gegangen und haben uns da in eine Viertelstunde auf eine Bank gesetzt und haben einfach die Ruhe genossen, die Kirchen ausstrahlen. Mit diesem Blick hier von der Abtei Hildegard von Bingen verabschiede ich mich von euch. Macht's gut. Bis bald. Ciao, euer Alex.